Der Barsch und der wird gesäubert von dem Sauberfisch. Gucken Sie hier, was er macht hier, das kleine Fisch. Das ist so ein Verhalten zwischen zwei Fischen. Der geht rein, gucken Sie jetzt hier einen Moment. Der macht Sauber, der geht rein und raus und passiert gar nichts. Der ist jetzt weg. Ja, aber der geht jetzt hier, der geht überall, esst von seiner Haut und der geht auch rein in sein Maul. Ja, haben Sie gesehen hier, das ist das Sauberfisch mit dem Sack im Barsch. Putzfisch, ja, Putzfisch.